11 Tütchen, ja. Ja, wir müssen die loswerden. Zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Sie sind noch von Halloween hier. Moment mal, ist das überhaupt der richtige Bus? Ein fünfter von gehen wir zu Ryan. Ich hätte mehr einpacken sollen. Ich hätte sechs. Ja, wir haben einfach nur genommen, reingestopft. Das war's, beziehungsweise das eine Paket hat Vorschuss gemacht, das andere Paket habe ich gemacht. Absolut pünktlich. Danke sehr. Wer hat welches gemacht? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe das für Hybrid gemacht. Hast du es dann auch mit Liebe verpackt? Ja. Wenn du das schon immer mehr weißt, dann war es keine Liebe. Dann war es nicht mehr Liebe verpackt. Wenn du hier halt jetzt kommst. Indem du einfach vorbeifährst. Heimlich. Wird ein bisschen schwierig bei ihren Eltern. Ja, wenn ihre Eltern nicht da sind. Und Ryan, was denken Sie, wie lange wird der Stream noch gehen, bis wir ausmachen? Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie spät es ist. Im Licht, das zu fragen. Bei mir ist doch immer Open End. Bei mir auch. Ich halte mich da raus. Ich halte mich da raus. Also zu lange geht er definitiv nicht mehr. Wie gesagt, ich habe ja morgen Vormittag aufgetrieben. Zwei Stunden vielleicht noch. Ja. Mach zwölf Stunden noch? Nein, ein bis zwei Stunden noch. Ich habe zwölf gesagt. Ich habe zwei verstanden. Ich mache doch keine zwölf Stunden. Leute, was ist los mit euch? Bist du irre? Nee. Bahnhof. Also bei mir ist übrigens der Fehler nicht mit den... Also ja. Ja, ich bin irre, aber es ist nichts Neues. Zum Zwei-Stunden-Licke-Stream-Incoming. Geil. Ich muss ein Bus fahren. Ich muss ein Bus fahren. Andere sind wir garantiert, irre. Sehr wie vorher. Also zwölf Stunden Streamen mache ich nicht nochmal. Also ich hänge nicht nochmal zwölf Stunden ran. Maximal ein bis zwei noch. Ja. Hier, bitte. Wie gesagt, ich muss dann ja noch schlafen. Wird überbewertet, hast du mir letztens gesagt. Ja, ich weiß. Aber wenn ich morgens Streamen habe und dann abends noch Mod treffen... Hast du Lust, den Streamen zu gehen? Bei mir sind jetzt 11,750. Sagen wir mal so, mein Router setzt sich frühestens in zwei Stunden... Ja doch, in einer Stunde zurück. Frühestens. Zwölf... Zwölf... Zwölf Stunden Stream ist ja schon geschafft. Komm schon, Alter. Nein. No way. Ich hatte gerade... einen 24er. Ich mache jetzt nicht nochmal einen 24er. Erstens, kid me pushes. Zweitens, wie soll ich das Mod-Treffen morgen überstehen? Nein. No way. Raven, nein. No way. Raven, einfach... Raven aus. Nee, ich kann eh keinen 24er machen. Außerdem sind meine Mods sowieso erstens darauf vorbereitet. Und zwar ist sie jetzt schon wahrscheinlich müde. Ja. Also... Ich bin gesundheitlich auch nicht in der Lage dafür. No. Oh! Nein, auch keine 17! Ey, Leute, was ist los mit euch? Es geht so lange, wie es halt geht. Wenn es aus, ist es aus. Wenn aus, ist es aus. Ups, alt F4. Ich kann das Wochenende kaum erzählen. Ups, ei, alt F4. Was? Ja, statt Ups, alt F4. Ja, statt Ups, alt F4. Ups, alt F4. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Was denn? Ja. Ja, die 14 sind sogar noch realistisch. Aber es geht so lange, wie es geht. Das musst du nicht finden. Ich habe mich überlegt, aber wir haben den ganzen Tag, seit zwölf Stunden, nur Bussevolazzo gespielt. Scheiße, Floberto. Scheiße, Floberto. Ja. Dass du sowas mal sagst, ne? Ah, naja, gut. Und holt den Kalender raus. Dafür stream ich halt morgen dann den ganzen Tag, Floberto. Das hat halt auch eine Ordnung, ne? Ja, aber trotzdem so, dass du das sagst. Ist halt nur komisch, dass es halt immer noch im Titel steht mit 21 Uhr und Floberto. Und jetzt fliegt auch immer noch auf dem Simulator. Wenn es keiner ändert. Geist? Das war ja auch jeder noch der Andabe, dass ich ja noch auf Floberto schalte. Na wieso? Wenn jetzt einer reinkommt und fragt, wo ist Floberto? Und sagst du, haben wir schon fertig. Das wäre aber gelogen. Ja, das muss der Gang sagen. Nächster Halt. Wentfield. Getreide sich nun. Lemon Tree, a.k.a. Aimed. Äh, a.k.a. Ich bin verwirrt. Fünge dich zur 12-Stunden-Marke. Was? Ja, ist gut gemacht. Danke, Hybrids. Oh, du bist ein Schatz. Was? I should call. Er spürt sich sonst auch angesprochen, wenn du mit Frisches dann so redest. Fünge? Nein. Doch, gestern ja auch schon. Fünge? Echt? Vorgestern? Vorgestern. Neue Strecke für First Match. Nur Berto. Dann stimmt es ein wenig. Das ist ein ziemlich gut. Ja, aber hier ist ja schon Berto. Ray Walter. Keine Angst, dass der Stream noch zwei Stunden gehen. Oh, mein Bein ist alle. Scheiße. Der Klon stinkt meistens. Was? Na scheiße, der Klon stinkt meistens. Noo. Hehehe. Ich glaub das auch. Hallo, wir hatten den ganzen Tag schlechte Flachwitze und alles. Weißt du, und jetzt... Jetzt darf ich nicht mehr so was sagen. Okay. Okay. Doch, darfst du. Ich hab dich auch lieb. Jaaaa. Das ist schweizig. Ich hab dich auch lieb. Das ist schweizig. Das ist schweizig. Wir gehen eine Krokette kaufen, kleben die auf den Muster. Neiiiin. I want nine, kitty. I want nine. Aber deswegen bitte jetzt nicht. Wein and... Hybrids... Nooo. Nope. Macht mal bitte einer den Hybrid aus. Also jetzt vergessen, dass ich noch mit dem anderen angemeldet war. Ich wusste ja, dass du es bist. Also nochmal, hi Angel. Ich war gerade nur sehr verwirrt. Macht jemand mal Hybrid aus, bitte. Bitte, ich kann gerade nicht. Danke, Hybrid, dass du es selbst machst. Danke. Ist doch gut. Ja, es geht mit der Vollständigkeit. Ich finde es schön, damit er sich selber sagt, Hybrid aus. Ja, ich finde das immer so niedlich. Weißt du, immer dann, wenn er selbst bleibt. Oh ja, ist ja gut. Ich mag ja schon. Hi von Angel. Hallo Angel. Ach so, Entschuldigung, ich war gar nicht gemeint. Doch, du bestimmt auch. Du bestimmt auch, aber er wusste nicht, dass du mit der Vollständigkeit bist. Oh, Tür! Du hast ja gerade nichts gesagt. Ach, die zwei habe ich geöffnet. Okay. Hast du schon wieder unterwegs die Türen auf? Ja, aber das war die für Absicht zum Bremsen. Ich wusste nur nicht, welche ich geöffnet habe. Ob ich die eins oder die zwei geöffnet habe. Ist ja nicht so, dass jetzt noch eine dritte Tür, glaube ich, oder vier. Ich habe sogar sechs Türen, glaube ich. Ja, ich auch nicht. Fünf oder sechs. Ich bin total umgehauen. Guck doch einfach unten rauf, an der Seite. Oh nein, jetzt geht das wieder los. Doch, heiern alle siehst du. Warte, eins, zwei, drei, vier, fünf habe ich. Fünf Türen? Fünf Türen. Was, was sie alle verbaut? Äh, in dem Zieharmonika-Bus. Ich habe nichts mehr zu tun, was mache ich denn jetzt? Raven, das lese ich jetzt nicht vorher. Es ist dir hoffentlich bewusst. Das Theater fangen wir nicht nochmal an. Puh, zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Wie, du hast nichts mehr zu tun? Moment mal, ist das überhaupt der richtige Bus? Ich glaube, er meint den Final. Schwarz gibt's nie mehr. Und die Tür. Perfekt zum Bremsen. Wozu brauchen wir eine Bremse? Einfach Tür. Ich glaube, Ryan geht durch. Schwarz gibt's auch nicht, ich bin ja auch rausgenommen. Das war mir zu Raven lastig alles hier. Das Mindstream und nicht Raven sein, oder? Doch, das gibt's noch. Oder? Äh, das passiert zumindest nicht. Opfer-Rabe ist glaube ich auch so, weil wir sowieso... Nee, das war Raben-Opfer. War es nicht Raben-Opfer? Raben-Opfer? Ja. Mopfer. Ein Mopfer. Keine Busch-Menschen mehr für Rabe. Nein! Keine Busch-Menschen mehr! Busch-Menschen! Nee, die gibt's grad nicht. Nooo! Mein Stream war mir zu Raven lastig. Jeder zweite Command hatte mit Raven zu tun. Es geht so um diegels Mindstream. Okay, dann machen wir jetzt dann Samtpfoten-Command. Und bei dir kommen dann Panda-Commands bei mir. Koop-Commands. Geil! Aber das könnte man tatsächlich wirklich machen. So ein Command, wenn man irgendwie zusammenspielt, so. Oh ja, da müssen wir uns mal was überlegen. Ja. Busch-Menschen. Busch-Menschen, so. Busch-Menschen. Busch-Menschen fand ich gut. Das ist so doof. Das ist einfach so doof. Ja, aber ich finde den gut. Ja, ich hab ihn auch nur deaktiviert. Ich hab ihn nicht gelöscht. Busch-Menschen. Ich find den gut. Ja, aber Swami hat einfach zu Raven lastig. Ja, ich weiß. Das stimmt ja auch. Raven, pack den doch bei dir rein. Aber das ist ja nur halb so witzig wahrscheinlich. Für Raven, denke ich. Ja, weil es dann niemand weiß, dass es das gibt. Deswegen ja. Ja, wow. Wobei, doch. Doch. Wenn Raven das machen würde, dann wüsste ich ja. Mapa, kannst du auf Discord schauen? Wenn Mapa noch da ist. Was soll ich denn sonst sein? Weiß ich nicht. Ach ja, ich sitze im Bus. Ja, der ist auch. Ja, geht gleich los. Hab gleich die Tour beendet. Da ist aber keiner da, doch. Ich bin öfter da. Oh. Bitte alle aussteigen. Ja, gegen Ende mach ich jetzt auch Schaden hier. Ja, ja. Haltebuch 4. Scheiße. Ich bin öfter da. Ich schreib nur manchmal nicht so viel. Bin tatsächlich meistens im Lurk, weil ich irgendwie noch was anderes nebenbei mache. Wer hat Ihnen eigentlich den Führerschein gegeben? Aber da bin ich meistens. Oh. Ich sah bei mir auch viel im Lurk. Ich hab noch nie so viel, so viel Dings hab ich noch nie gekriegt, wie hier jetzt bei dem Omni-Dingens. Perfektion. Ja, bei dir ist er in anderer Hinsicht verpackt. Was? Was? Hä? Was ist verpackt? Bei dir ist er in anderer Hinsicht verpackt. Du machst Pluspunkte. Bei mir ist er nur in der Ansicht verpackt, wenn man an mir vorbeifährt. Ansonsten hab ich keinen Fehler mit dem Bus. Ich kann mit dem fahren tatsächlich. Du hast die Aussage grad nicht verstanden vom Mapper. Ja, dass ich mit dem Plus fahre und nicht Minus fahre. Ja, richtig. Das ist der Bug. Ja, ich weiß. Aber, na gut, ein Bug wäre es, wenn ich komplett fehlerfrei da durchgekommen wäre. Oder nicht. Na gut, das stimmt. Mit Minus. Ja, okay. Du hast ja auch wieder recht. Ich bin ja nicht komplett federfrei gefahren. Beine nicht. Beine nicht. Beine nicht. Wenn der Regen fällt. Dam dam. Dam dam. Wer fährt grad welche Strecke? Ich fahr grad die letzte. Mapper? Wir parken gerade. Das ist nicht die Antwort. Das ist nicht die Antwort auf die Frage. Ich schlitz nicht. Ich schlitz nicht. Ich mach ihn ein. Heute aber streamen wir erst Dienstag wieder. Montag ist mein Freitag. Okay, dann mach ich Highway to Hell. Ach, ich hatte Highway to Hell. Okay. Cool. Also. Ähm. Weiß nicht, ob du die 15 oder die 16 hattest. Tschüss. Ich schlitz für beides auf jeden Fall frei. Oh! 2500 plus! Woop! Woop! Okay. Wart beginnen. Bei mir gibt's eigentlich an sich keine freien Tage. Ich will eigentlich wirklich jeden Tag streamen, nur... Ich kann nicht jeden Tag streamen. Jetzt geht's. Naja, ich könnte es an sich schon, aber... Nee. Da ruft dann leider das Privatleben. Ist komisch, etwa. Wenn, ähm... Wenn mein... Mein Kopf halt sagt, nee, ist nicht, dann ist halt nicht, ne? Ja, bei mir ist halt, ne? Haushalt, Katzen, Frisches... Andere Arten von Arbeiten. Nächster Halt. Zentraler Hausbahnhof. Ja, Tipsy wird einfach ausgesperrt, solange. Oder er pendelt neben mir. Äh... Ja, was ist jetzt hier? Ich häng noch nirgendswo. Nein. Nein, ich hab' einen Rollstuhrfahrer. Nein, ich... Nein. Ich hab' den vergessen. Ich hab' den vergessen. Nein, nein. Kann ich bitte eine... Nein, dürfen sie nicht. Gehen sie weg. Verpiseln sie sich. Oh Gott. Die werden nicht im Gefahren. Die werden nicht im Gefahren. Willkommen mit Hyde zusammen. Nehmt euch ein wenig Bambus und genießt den Stream oder so in die Richtung. Moment. Wo ist er klar? Hier. Augenblick. Augenblick. Ich muss mal gucken. Ich müsste ein theoretisch irgendwas... Mir irgendwas Kurzes zusammenpacken, falls halt irgendwie... Gut, wenn jemand Neues reinkommt, begustet ihn halt so, ne? Das kannst du für Raven oder für Hybrid machen? Diese Mods. Die brauchen sowas. Bei mir kommt immer nur irgendwelche Rechtschreibfehler. Ja. Total schön. Aber ich weiß natürlich... Die ganze Arbeit. Mal gucken. Die Rechtschreibfehler kriegen andere doch auch immer ganz gut hin. Wir wollen da jetzt keine bestimmten Namen nennen. Wer denn? Mapa. Ich auch. Am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft. Etwas daneben. Ach hier. Oh, Tür! Scheiße, das war zu spät mit der Tür. Aber Hybrid einen niedlichen Text. Nicht einen niedlich Text, ja? Einen niedlichen Text? Einen niedlichen Text. Darf ich den dann bitte vorher nochmal lesen? Bevor du den... Bei mir hat er einen Süßen. Ja, das stimmt. Den durfte ich aber auch tatsächlich vorher lesen. Ja, siehst du? Das Problem ist, ich wollte ihn ja eigentlich... Ne? So, dass er dann immer automatisch kommt, wenn jemand followt. Problem ist... Okay. Wir kriegen halt einfach nicht die Variable hin, dass es halt immer den Namen ändert. Oh. Also, ne? Dass das Add halt für jeden, der halt nur reinkommt, gesetzt wird. Keiner von uns weiß, wie das geht. Frag mal Raven. Vielleicht weiß das. Weil über Stream-Elements funktioniert das halt einfach irgendwie nicht. Raven, weißt du, wie sowas funktioniert? Weißt du auch so viel... Mh, was? Toll, er hört wieder nicht zu. Schön. Ist das Raven? Schön beschwert sich, weißt du, beschwert sich, dass ich im Stream nichts schreibe? Hört mir aber nicht zu. Das ist der Richtige. Nein, 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 nein. Darum werde ich gebraucht. Kannst du nochmal erklären, was du gerade wolltest, Aldaria? Was? Dann mit dem Text und so, wenn jemand followt. Ach so, dass das... Also, Hybrid muss das ja immer manuell einstellen, seinen Text. Und muss dann ja immer Add selber mit dem, der ja gerade gefollowt hat. Und was wir ja machen wollten, das ging aber nur über ein anderes Programm. Er wollte halt ein Command haben, mit dem er einstellen kann, dass er halt nur dieses Command benutzt, dass der Text kommt und dann automatisch sich halt auf den Namen ändert. Also, wie gesagt, als Command, dass er das nicht immer selber copy-paste machen muss, sondern dass das wirklich einfach nur so, ne? Wie zum Beispiel Hybrid aus. Aber das geht halt irgendwie. Also, wir haben so nicht hingekriegt, dass das geht. Wir kriegen da die Variable nicht zu hin. Natürlich was, Raven? Ey, Antwort, er schreibt einfach nur natürlich. I can help you, siehst du? Raven kann dir helfen. Na gut. Dann... Need somebody help. Also, Mappa ist die ganze Zeit ruhig und er... Kommt sowas. Und du denkst ja immer nur so... What? Hilfe. Nein, das war süß. Das war süß. Das war süß. Sowas musst du öfters machen. Das war für niedlich. Ich hätte nie gedacht, das hat so krass. Ich bin niedlich. Ja. Natürlich. Das hat mich total umgehauen. Oh. Das war süß. Und... Ich bin noch nicht. Ich hasse sie. Warum machst du das nicht einfach mal? Ja, weiß ich auch nicht. Bisher dachte ich, ich hätte es nicht nötig, ne? Ah, ja. Ich hab's nötig. Vor allem wieder Follower kaufen. Ja, vor allem das Witzige ist, schick ins Reiner, die haben sich abgewöhnt, die Links reinzuteilen. Das heißt, man kann ja auch nicht mal mehr draufgehen. Ja, scheiße. Ich find sowas so unnötig, ne? Unnötige Menschen. We can sit und sin und dann machen, wenn die Zeit und Lust haben. Können wir gerne machen, Raven, aber bitte dann nicht Denglush reden, ja? Weil ich nichts verstehe in Denglush. Aber können wir gerne machen. Wär cool, wenn du mir helfen könntest. Ich brauche einige Fahrkarten. Weil ich glaub, dann hätte Halbert auch einen einfacheren Job bei mir. Versteh ich nicht. Dann muss er nicht immer Copy-Paste machen. Immer so Copy-Paste, 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 Copy-Paste. Ja? Ne, alles gut. Okay. Ich nicht reden Denglisch mehr. Ja, super. Hi, meine Fahrkarten. Oh, Raven. Raven, wenn wir schon mal dabei sind, könntest du äh... But I can speak Denglisch very good. Warum machst du das jetzt bei mir? Ach, das war Angel. Seine Farbe, sorry. Ne, was ich sagen wollte, wenn wir schon dabei sind, dass du kein Denglisch mehr redest, kannst du noch aufhören mich zu siezen? Danke. Ich bin irgendwie noch dabei, dass ich schon bin. Stimmt, ihr siehst ja immer. Naja. Echt, das ist mir noch nicht aufgefallen. Doch. Lockdowns. Tut mir leid, Angel, bitte. Hass mich nicht. Ihr habt halt dieselbe Farbe. Ihr habt halt dieselbe Farbe. Ihr habt gefühlt jeder dieselbe Farbe. Äh, Hybrid, Angel, Raven. Ihr habt alle dieselbe Farbe. Warte mal, welche Farbe hab ich bei dir? Blau warst du vorhin. Echt, warte mal. Papa war auch blau. Ja, du bist, Papa ist blau. Warte, warte, warte. Ja, ich bin blau. Wie mein Zustand. Äh, ihr... Ja, tatsächlich sind bei mir die Farben halt anders bei OBS als... Ja, bei mir aber auch außer, außer tatsächlich bei Raven. Ja, wahrscheinlich weil er seine... Meine Farbe müsste bei dir aber auch gleich sein, oder? Äh, bei dir weiß ich es nicht. Ich glaub... Du hast einen rötlichen Ton. Aber sicher bin ich... Was? Sicher bin ich mir jetzt grad nicht. Bistest du... Vielleicht mal testen. Bei dir weiß ich es grad nicht ausfindig. Es wechselt... Okay, ja, jetzt ist es Turquise. Aber ich mein, es hat doch mal gewechselt. Ich war mal... Ich war ganz am Anfang mal rot. Dann hab ich's halt ge... Dann hab ich's verändert. Okay, ja gut. Und ich glaube... Ja, genau. Ich wollt grad sagen, ich glaube bei den Leuten, die das explizit eingestellt haben, ist das Turquise. Es ist dann halt die Farbe, die du eingestellt hast. Ich glaub, bei die, die es random haben, ist es dann halt anders. Das hab ich aber manchmal auch, wenn ich zwischen normaler Ansicht und Mod-Ansicht wechsle. In der Mod-Ansicht haben einige dann auf einmal eine ganz andere Farbe. Ich denk, wir sind nun kaputt. Ne, random würd ich gar nicht hinkriegen. Ne, random würd ich gar nicht hinkriegen. Den Stream-Chat seh ich zum Beispiel nicht. Da hat's tatsächlich auch eine andere Farbe. Aber bei OBS und bei Twitch in der normalen Ansicht, die ich halt in dem Overlay habe, ist es immer die gleiche Farbe. Ja, wie gesagt, das Dunkelrot ist zum Beispiel auch gar nicht so dunkelrot, wie es zum Beispiel bei euch im Chat ist. Es ist halt heller bei mir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es halt so im OBS ist, aber... Also ich weiß, Ravens ist genau das gleiche, wie bei dir jetzt gerade im Twitch-Chat. Äh, bei Hy... Ich bei mir nicht. Bei Hybrid weiß ich's gerade nicht. Oh Gott, jetzt ist Raven bei dir gelb gewesen. Ja. Ähm... Mappa ist bei mir mal nicht auch blau. Ja, dunkelblau. Kitty ist bei mir pink. Oder, ja, der ist auch pink. Ähm... Rosa. Hybrid hat bei mir dieselbe Farbe wie Raven, also rot. Bei mir haben fast alle dieselbe Farbe. Bei mir haben fast alle dieses Rot. Also bei mir ist es ganz, ganz selten das Rot von... Alle haben dieses selbe Rot. Und deswegen, äh, komme ich teilweise mit den Namen auch so durcheinander, weil ich dann halt nur sehe, okay, ist das was Rotes? Das hat die ganze Zeit immer mit Rot geschrieben. Wird bestimmt der sein. So, weil ich... Ja. Also frisch ist das... Grün. Bei mir. Auch eigentlich fast von Anfang an gewesen. Hybrid war, glaube ich, auch von Anfang an rot. So wie Mappa von Anfang an bei mir blau war. Und Luna, glaube ich, zwischendurch mal eine andere Farbe. Raven, das lese ich jetzt nicht vor. Das lese ich jetzt nicht vor. Ähm... Ich glaube, ich bin gemein. Ja, natürlich bist du gemein, aber kenn ich mich nicht. So, ich deute das weiter raus. Äh... Ich glaube... Dienstagabend... Donnerstagabend... Nee. Da hast du auch keine Zeit. Und... Mittwochvormittag. Da müssen wir überall Bus immer warten spielen. Was? Da hast du keine Zeit. Da hab ich frei. Weil du bist so ein schönes Kerl. Weil wir süchtig sind. Nein! Wir spielen das Brizard! Okay... Okay Raven, ich bin für die nächsten Monate eingeplant. Sorry. Ich möchte zwar was von ihr, aber ich darf leider nicht. Ryan sagt nein. Sag das bitte nicht so. Ryan sagt nein, ich darf nicht mehr. Sag das bitte nicht so, dass du was von ihr möchtest. Danke. Nee, nein. Ja doch, ich möchte, dass sie mir hilft. Das hört sich anders an. Ja, ich... Ja... Ja, was denn? Als vorher. Ja, nur weil ihr so denkt... Vorher hast du gesagt, du möchtest was von ihm. Ja! Möchte ich auch! Ohne das hilft! Was? Und zwar, dass er mir hilft. Bei dem Command. Bei Hybrid. Also möchte ich ja was von ihm. Ich hab ja nicht explizit gesagt was. Ich hab auch Bus im Moderator, aber den 2016er. Muss ich den 18er holen? Oh, Gott sei Dank ist der Straße schon umgefahren worden. Kannst du mitspielen, Angel? Oh, oh! Wer hat ihnen eigentlich den Führerschein gegeben? Ryan? Ja? Ich hab grad zwei Autos mitgenommen. Ich hab sie gesehen. Und jetzt minus 16.000. Wie viel bezahlen die denn für ein Ticket? Ich fand die Zieger am Ende der letzten Folge von Winter der Leid. Ja! Weil sie einfach mal zwei Unfälle gebaut und dann einfach mal 16.000. Nächster Halt. Das Geld krieg ich nicht mehr rein. Ich frag einfach meinen Bruder, der dürfte den haben. Ja, der Key vom Bus im Moderator 18 kostet keine Ahnung was. Wie ist das? Die Euro oder so? Ich brauche einen Fahrkarten. Das ist Instant Gaming. Keine Werbung machen hier. Pssst. Gleich Werbung. Pssst. Oh, Entschuldigung. Die können wir dann einfach nochmal schreiben, wenn sie nicht mehr eingeplant sind. Das kann ich machen, Raven. Also so. Jetzt wirst du auch schon gesiezt. Von Raven werde ich die ganze Zeit gewiezt. Da fühlt man sich immer gleich viel älter. Ich bin ja auch alt. Ich bin 25. Vier Euro. Ja, da kommt erstmal dahin, wo ich bin, bitte. Ja, du bist ja blutjung. Vier Euro sind zweimal Eis essen gehen. Was ist das nur für günstiges Eis, Junge? Eine Kugel kostet mittlerweile zwei Euro. Moment, ich bin immer noch auf der Hinfahrt. Ich kann es immer noch schaffen. ins Prost zu kommen. Ich bin ja noch auf der Hinfahrt. Ich habe nicht außer den Skeleth zu machen. Nein, nein. Was? Briet. Briet? Aber wie recht du hast. Egnis, ein D-Fahrer. Luna. Ich war schon lange kein Eis mehr, äh, kein Eis essen mehr. Nooooo. Ich auch nicht. Luna, ich glaube nicht, dass du am ältesten bist. Äh, das glaube ich nicht. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Nein. Beweise, Beweise. Ich habe Eis zu Hause. Schick aus, weiß. Das ist eine Sache für Respekt. Ja. Raven, du müsstest uns aber nicht siezen. Musst du nicht. Also ich habe nicht dagegen, sagen wir es so. Aber du musst es nicht. Du kannst uns halt auch einfach, ne? Also wir bieten dir das Du an. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Warum brauchst du jetzt auch eine Fahrkarte? Außerdem, wenn wir zusammen zocken, dann ziehst du mich aus die ganze Zeit. Ab und an da zwischendrin, was schon ein bisschen strange ist. Ja, aber... Tut er das? Ja, ab und an ja. Okay. Dann war ich immer zu falschen Augenblicken bei euch. Ja, ab und an. Also einmal so zwischendrin, einen Satz und dann ist es wieder weg. Spiel 3. Okay. Früher, da habe ich noch Eis gegessen. Ich sage es dir. Früher. Ja, Angel. Früher war alles besser. Früher. Ohne Witz, wir haben tatsächlich Nachbarn, die... Du hast Nachbarn? Ja, tatsächlich. Die haben bei uns den Zaun aufgebaut und die haben sich jetzt angewöhnt zu knicksen. Was? Ohne Scheiß. Die haben sich jetzt angewöhnt, sich zu verbeugen, wenn sie mit uns reden. Warum? Ich habe keine Ahnung. Frag doch mal warum. Das würde ich hier einfach machen, ne? Weil mich würde das echt interessieren, warum man auf einmal so einen Staschparten kriegt. Ich kann dir nachher mal schreiben... Wir haben die Pre-Ausgabe geschwänzt. Ich kann dir nachher mal schreiben, was wir denken, was der Grund ist. Das möchte ich jetzt hier gerade nicht so sagen. So, okay. Ich bin sehr gespannt, was da nachher kommt. Muss ich Angst haben? Nein. Es ist eigentlich absolut albern. Aber... Papa, guck mal nach hinten! Ja! Bei mir ist keiner hinten. Ich will auch, dass jemand hinter mir ist. Du weißt ja auch nicht, Papa. Nein! Ja, ich weiß, aber ich will auch, dass jemand hinter mir ist. Du hast eindeutig die verkehrte Strecke. Ja! Die steht einfach mitten auf der Straße! Bernd! Halt er zu! Der war vor mir, ging nicht weiter! Schön! Brian! Ja... Warum soll ich Daria immer den Spaß haben? Ich will auch! Brian! Ja, ist das total? Bring mich nicht um! Zeige dir! Du hast den Menschen platt gefahren! Du hast den Menschen platt gefahren! Drück escape! Drück escape! Drück escape! Willst du das wirklich sehen? Ich hab's verpasst! Drück escape! Nein! Das ist nicht dein... Zweiter Strecke-Kollision! Wie? Wohnst du irgendwie auf Neuschwanstein? Neuschwanstein oder irgendeiner anderen Burg, Schloss oder was? Wieso denn? Ich bin nicht verwirrt! Zum Glück ist bald Sonntag! Zum Glück ist bald Sonntag! Zum Glück ist bald Sonntag! Hier ist wieder Sonntag! Wie hast du das wieder hingekriegt? Also 18.000 kann ich erklären! Da war der gesamte Profit der letzten zwölf Stunden weg! Ne! Wir haben ja 1,5 Millionen aber... Also sagen wir mal die 38.000... Ne warte! 38.000 kann ich erklären! Ach so! 38.000 kann ich erklären! Die restlichen kann ich nicht erklären! Was für 38.000? Da steht 32! Ja, aber rechne mal zusammen mit den Fußgängern! Dann sind wir bei 52.000! Dann sind wir bei 52.000! 38.000 davon kann ich erklären! Noch habt ihr 1,5 Millionen! Ja, noch! Ja, ja klar! Und 12.000 kann ich mir nicht erklären! Das fängt ja auch noch damit an! Also 18.000 kann ich erklären, weil ich in zwei Autos gleichzeitig reingeballert bin! Den Fußgängern kann ich erklären, weil ich in einem Auto ausgewichen bin! Und dann waren da aber zwei Menschen! Das fahren doch 1,5 Millionen! So eine Strecke willst du abgeben! Was ist los mit dir? Ja! Da krieg ich doch auch ein Schluss! Tschüss Einkommen! Tschüss Einkommen, was ich gerade geholt habe! Wieso du? Ich bin jetzt wohl auch! Ja, meine 2.000 von der Vorrunde sind auch schon weg! Oh, ich kann nicht mehr... Achso, ne die Türen sind ja noch... Ich hab jetzt 23,8! Verschluckst du damit einfach komplett? Ja, ich weiß! Aber auch nur die Hälfte! Klappler! Schön, dass du dich darüber noch freust! Ja! Du bist wie eine besenkte Sau, sag ich dir! Passiert dir nichts? Ist hier vorne schöner los? Aber ist aber Mapper voll! Minus 237! Was, Minus? 237 Minus! Mehr nicht! Nein! Noch nicht! 237! Noch nicht! Das ist aber auch zu viel! Ich weiß! Aber ich hab noch Chance das rauszuholen! Du hast aber auch noch Chancen das zu vermasseln wie ich! Ich hab nur minus 800... Oh! Es sind noch 914 dazugekommen! Ryan? Weil Daria hat gewonnen! Sie hat wieder das meiste Minus gemacht! Ryan? Ja? Hast du mich lieb? Nein, langsam nicht mehr! Was? Au! Okay! Okay! Ich tränke dich jetzt an! Nee! Jetzt geht's nicht! Ich ertränke mich jetzt! Oh! Nein! Glaubst du das funktioniert? Warum Lucky? Was ist Lucky? Ich halte alle Gebiete frei! What? Ah! Na gut! Dann hab ich jetzt die letzte Aufgabe gemacht! Dann haben wir die letzte Gebiete wahrscheinlich frei! Jo! Wir haben 10.000 bekommen und das letzte Viertel! Ne ernst gemeinte Frage! Wie viel Prozent der 1.500.000 Profit hast du herausgefahren? Ähm... Was meint ihr Leute? Keine Ahnung! Du musst ja noch berechnen, dass noch genug NPCs nebenbei fahren! Jaja eben! Das kann... An sich... Weiß ich gar nicht! Ne 97% sind es nicht! Ich weiß es gar nicht! Ich weiß es gar nicht! Genug! Genug! Ja! Also teilweise wirklich mehr als die anderen! Aber... Ist nicht schlimm! Es ist ja irgendwo auch lustig, ne? Und ich mein... 110%! Nein! Nein, ich rede jetzt nicht mehr mit euch! 97% der echten Fahrer! Ich bin... Ich bin jetzt beleidigt! Ich kann das Wochenende kaum mehr warten! Warum? Ich bin beleidigt! Ich wünschte... Man könnte irgendwo sehen, wieviel jeder... Also wieviel... Der Einzelne... Ne? Verdient hat! Hier steht zwar drinnen, wieviel man... Ne? An sich verdient hat, aber... Ich liest schon! Ich liest schon! Ich liest schon! Das stimmt nicht! Wir hatten vorhin auch noch andere Mitspieler, die genauso scheiße gefahren sind! Hä? Was? 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 Wir hatten vorhin auch noch welche, die Räuchtenfahrer mitgenommen haben! Ach so! Ach so! Dachte mal jetzt wegen Raven! Das stimmt nicht mit den 2%! Also! 15% habe ich definitiv nicht gemacht! Definitiv nicht! Aber mindestens 30! Oder 40! Also ich würde sagen, jeder hat gleich viel verdient! Ne! Das auf jeden Fall nicht! Angel! Das auf jeden Fall nicht! Na gleich viel geht nicht! Weil wir ja noch durch 4 teilen müssen bei Kitty, Hybrid, Iron und Mappa! Ja eben! Erstens das! Und... Zweitens haben die das Spiel... Also... Hybrid und Mappa haben das zum ersten Mal gespielt! Bei Iron glaube ich auch! Kitty hat das zumindest schon mal angetestet! Genau! Kitty hat das wenigstens schon mal gespielt! Iron hatte nur die ersten 2 Strecken gespielt! Die ist den zweiten Nachrichtenteil davon! Warte! Was? Äh... Gab nur die eine... Okay, dann 33% Aydaria! 50% Rein! Ich weiß es tatsächlich gar nicht! Also... Wenn du so siehst, dann glaube ich schon, dass ich mit das meiste Gate... Ja! So ran gefahren habe! Da brauchst du nicht mal glauben, das ist so! Weil ich hätte auch einfach drauf achten, nicht so viel Fehler zu machen! Aydaria! Hier eine rote Ampel! Da eine Bodenschwelle! Ey! Aber! Aber! Man muss auch bedenken! Ich habe einige Fahrten gehabt, wo ich richtig gut gefahren bin! Das stimmt! Das stimmt! Da habe ich mir tatsächlich sogar Mühe gegeben! Also richtig Mühe! Also richtig, richtig Mühe! Das stimmt! Da war Ryan sogar stolz auf mich! Ich hatte sogar einmal fast 30.000 mit reingebracht! In zwei Fahrten! Also ich habe mir zwischendurch auch Mühe gegeben! Das eben waren halt Kollateralschäden! Spoiler Kollateralschäden! So nennt man das! Oh! Ich dachte Kollisionsschäden! Kollateralschäden! Kollateralschäden! Das hätte sie nicht sein müssen! Also! Es sind so Nebenschäden! So! Das nächste ist jetzt die Läden! Spritztour ist das nächste! Nutze Fahrer, um Einkommen auf einer Strecke zu generieren, welche alle Ringhaltestellen verbindet! Dann nutze Fahrer, welche alle Gürtelhaltestellen verbindet! Was sind Gürtelhaltestellen? Was sind Ringhaltestellen? Weiß ich nicht! Fahre die oben genannten Strecken im Loop-Modus und generiere Einkommen! Verfüge über mindestens zwei Fahrer im Level Ass pro Strecke! Ass haben wir! Ich war nachmittags im Schwimmbad und hab dann die ganze Nacht mal einen Sägewerk Party gemacht! Was hast du auf diesen Strecken? Google XP! Alle Haltestellen der benötigten Strecken benötigen Level 5! Das sind meistens Ziele, by the way! Was sind Ringhaltestellen? Kannst du das mal googeln? Was sind Gürtelhaltestellen? Was sind beide für Haltestellen? Warte mal! Ich hab keine Ahnung, was das sein soll! Ah, nee, nee, warte mal! Was will das Spiel von uns? Ringhaltestellen sind irgendwas in der Stadt. Ich weiß grad noch nicht welche. Aber ich google gleich. Das wär super. Willst du das jetzt echt noch machen, oder? Ich will sein, du willst nicht. Weil wir sind jetzt bei 12,5 Stunden. Ja, wenn du nicht willst, dann? Nee, nee, darum geht's nicht. Ich meine Air wegen dem Internet und bla. Ja, das müssen wir bald wieder abschalten, ne? Naja, die Zeit ist zwischen 2 und 5 Uhr. Ich hoffe, ich kann unterbiegen. Beim 24-Stunden-Stream war es zwischen 4 und 5. Hm. Es ist halt unterschiedlich, ne? Ich erinnere mich an, hier ist mir zu viel los, ich fahre über den Bürgersteigen. Ja, es war ja auch so, es war ja zu viel los und da ist nichts passiert. Wenn ich mit fahre, mache ich aus den Strecken Speedrun, Verkehrskunden und andere Personenschäden zu vermeiden, kostet so unnötig Zeit. Nein, Enkel, nein. Einfach nein. Nein. Ach ja, einfach ja, einfach ja. Eigentlich können wir ja froh sein, dass wir keine Polizeiautos fahren, die uns auch noch anhalten. Stimmt. Ringhaltestellen. Ich will, dass wir jetzt kein, äh... Ja. Äh, kein... Ja. Video angucken. Oh, Mensch! Was? Menschen? Wo? Ich bin schon irgendwie vorbeigefahren. Oh, da steht ein Eichleiner. Und ist an seiner eigenen Schnarche gestickt. Seine eigene Schnarche gestickt. Ringhaltestellen sind die von der Ringlinie. Ja, und was sind Ringlinien? Was ist denn bitte eine Ringlinie? Äh, ich wünsch dir was. Ich trage keine Ringe. Ich schon, einen, aber... Was ist eine Ringlinie? Ist doch gleich immer sehr witzig heute. Eine Ringlinie oder Rundlinie, auch Ringverkehr, Rundverkehr, Ringkurs... Alter, äh, Kreislinie genannt ist eine spezielle ringförmige Linienführung im öffentlichen Personalverkehr, bei der anfangs und Endpunkt identisch sind. Sie kann um ein Zentrum herum, aus einem Zentrum heraus, da an anderer Stelle wieder in diesen Zentrum hinein, als Quartierlinie ausschließlich durch ein oder mehr Stadt, beziehungsweise Ortsteil führt, sondern unter... Hä? Hä? Das hat er jetzt doch kopiert, wer auch immer das gerade geschickt hat. Hybrids, aber... Welle, Wikipedia. Ja, natürlich, voll klar. Ich kann... Vor allem, wenn ich es richtig verstehe, wenn das alles... Also wenn es ein Ring sein soll, also von der Haltestelle anfängt, bis zu der Haltestelle, wo es hinführt, das geht ja gar nicht. Weil wenn ich die Haltestelle, wo es hingehen soll, anklicke, dann logge ich sie ja wieder aus. Rein theoretisch. Wenn das so ist, wie ich es jetzt gerade verstehe. Hau ab da. Ich habe einen fetten Bus. Ich kapiere das nicht. Ich hasse es. Nein, 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 nein. Lass mich zurückfahren. Ich habe einen dicken Bus. Ich bin dick, lass mich durch. Ich bin dick. Ja, aber das geht ja nicht. Wenn ich... Wenn ich die Anfangstelle und die Endstelle anwähle, dann ist die Anfang... Also, ich sage jetzt mal, ich fange am Bahnhof an. Gehe meine Linie durch und klicke dann wieder den Bahnhof an. Dann ist sie ausgelockt. Zumindest bisher. Es kann auch sein, dass sich das jetzt geändert hat. Aber bisher war es so, wenn ich den Startpunkt hatte und dann wieder auf den Startpunkt geklickt habe, um halt so eine Rundfahrt zu machen, dann habe ich den Startpunkt wieder ausgelockt. Wieso? Also, ich weiß jetzt wie gesagt nicht, ob sich das geändert hat. Dadurch, dass Ryan das freigeschaltet hat. Das sollten wir aber hinkriegen. Weil sonst wird das ein bisschen kompliziert, das so hinzukriegen, dass sich das irgendwie... Ne? Ich war gestern viel zu lange... Dass das jetzt im Kreis geht. Äh, sei froh, dass ich nicht denselben Berufsweg eingeschlagen habe, wie mein Bruder. Sonst wäre in Dresden niemand mehr vor dem öffentlichen Personalverkehr wussten sicher. Ich habe da was gefunden. Echt? Ja, ich habe mir das Video ein bisschen angeguckt. Achso. Und ich weiß jetzt, welche Stellen du halt dafür nehmen musst. Okay. Kannst du mir das... Also, kannst du mir jetzt einmal kurz schreiben? Weil ich das einmal kurz... Winkse... Aber ich bin ja von Bildschnell. Du siehst das doch eh nicht, wenn ich das jetzt schicke. Äh... Soll ich dir jetzt alle Heilsichtstellen aufschreiben, oder was? Wir könnten das ja auch zusammen machen, wenn du die Strecke erstellst. Das Screenplay würde reichen. Warte. Echt? Versuch's. Also, statt schreiben im Screech was ab, oder? Ja, ist halt schwierig, weil der halt die anderen Dinger da auch hat. Aber ich hoffe, du kannst es erkennen. Ja, kriegen wir hin. Hoffentlich. Und sonst kannst du es mir ja auch, wenn ich Fragen habe, ne? In Dingseln. Dauert ja eh noch, bis ich da bin. Oh. Wir reden jetzt gerade ja so eine Rückfahrt. Oh nein. Wobei es sind... Hast du Lust ins Kino? Noch zwei Halterstellen. Eine Fahrkarte bitte. Ja, komm. Geh mal hin. Das stimmt. Ähm... Die Strecken benötigen Level 5. Das heißt, wir müssen nicht richtig oft fahren. Echt? Warum? Das ist richtig viel, weil du musst da bis Level 5 erstmal hochballern. Die Haltestellen an sich haben auch nochmal Level? Ja. Aber die Haltestellen haben wir doch eigentlich größtenteils alle auf. Ne, ne, das sind neue. Das sind neue. Achso. Vom neuen Gebiet ist das. Vom Stadt... Vom richtigen Stadtgebiet jetzt. Also von der Old Town. Was wir ja vorher noch nicht hatten. Und da wird es richtig... Da wird es richtig eng. Ja. Okay, da werde ich den Bus hier auf jeden Fall nicht fahren. Mann, ich will unbedingt ein Gelenkhof fahren. Der ist scheiße. Mann, der ist cool. Also ich kann ihn fahren. Schön. Wenn wir tauschen, dass ich der Host bin und nicht du? Nein. Dann kann ich ihn auch fahren. Nein. Nicht mal heute. Meint ihr, das liegt wirklich daran? Ich weiß es nicht. Wir können ja ohne Probleme fahren. Also da... Wie gesagt, da ich fahren kann, denke ich mal schon, dass es daran liegt. Ich denke, es liegt einfach am Multiplayer. Kannst du es ja sonst mal im Singleplayer versuchen. Also zucken tut er bei mir tatsächlich auch. Also das funktioniert tatsächlich. Ja, das haben wir ja gesehen. Der geht bei mir genauso steil. Kriege ich sogar auch einen Spitzen. Ich weiß es nicht, Luna. Halbe bis eine Stunde. Stimmt noch. Ich weiß nicht, wie spät es ist. Ich habe länger nicht mehr auf die Uhr geguckt. Ja, immer noch um halb zwei, habe ich doch gesagt. So hörst du mir zu. Ja, kann ja auch sein, dass die Zahl schon ein bisschen vergangen ist seitdem. Das habe ich gerade eben erst gesagt erzählt. Ja. Gelenkbus-Bug. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Äh. Aber der Unfall auf dieser Straßenseite hier ist weg. Wer ist jetzt dafür auf der anderen Seite? Also der Bug ist auf jeden Fall bekannt. Ist nur die Frage, ob man ihn durch Mods oder so fixen kann. Weiß ich nicht. Ich... Ich... Man könnte halt versuchen, dass man sich generell ähm... Mal... Ähm... Na? Willst du Freitag in Salters Aegeberg? Ne... Ne Mod an... An Bussen runtergräbt. Und dann... Die halt auch ausprobieren. Müssen wir dann noch gucken bis nächstes Mal. Wenn wir zusammen spielen. Danke für die 25 Bits. Und... Snape. Wenn wir einfach ähm... Du willst einen Gelenkbus und dann in die enge Stadt? Ja. Weißt du wie cool das ist mit dem Gelenkbus da rum zu düsen? Ich will doch nur ankommen. Ich will in Sicherheit sein. Nächster Halt. Flusspromenade. Danke für deine 5 Bits, du Spinner. Übrig der Spinner. Ja, was denn mit Ed, Raven? Ed? Schreib einfach nur Ed. Okay. Ed, 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 Ed. Halt. Gästig mal wieder auf! Halt. Nichts mehr leve. Halt. Wunderschöne. Es gab die 6 Bits. Gäste. Bara. Jesus.